Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Ja, in diesem Video geht es mal um den Live Summit. Ihr wisst ja, normalerweise zeige ich keine kompletten Live Summits als Video. Aber da ich momentan leider nicht streamen kann, danke Vodafone, Hashtag Unity Media, muss ich leider ein Video jetzt aufnehmen und das hochladen. Das hochladen wird endlange dauern, aber egal, die Hauptsache, ihr bekommt den Live Summit trotzdem von mir zu sehen. Normalerweise zeige ich den Live Summit immer auf Twitch. Ja, wer mir da noch nicht folgt, der kann das natürlich gerne tun. Folgt mir auf Instagram und Twitch, dann verpasst ihr keine Livestreams. Lasst mir ein Abo auf YouTube da, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos. Aber jetzt geht es erstmal los nach dem Intro. Viel Spaß. So, als allererstes geht es in den Slalom mit dem Frauscher. Am Ende von dem Slalom habe ich gezeigt, welche Werte ich da drinne habe, welche Teile ich eingebaut habe und welche Werte da drinne sind. Die Kurve habe ich ein bisschen verhaspelt. Also nicht wundern, ich habe die Aufnahmen schon gemacht. Ich habe die Aufnahmen gemacht, ohne sie schon einzusprechen. Ich spreche das jetzt danach ein und da bin ich ein bisschen falsch gesprungen. Das ist aber kein Problem. So, da sind wir dann im Ziel und haben 17.910 Punkte mit dem Punktebrecher natürlich, welchen man auch haben sollte. Man schafft es aber auch ohne Punktebrecher auf die 100.000. Aber so habe ich jetzt 155.927 Punkte und da sind jetzt die eingebauten Teile. Da habe ich den Punktebrecher, da habe ich natürlich richtig rekalibriert und da sind die Werte. Und dann geht es weiter mit der Flucht. So, man nimmt natürlich erstmal ein bisschen Anlauf. Das heißt, wir fahren zurück, nehmen ein bisschen Anlauf, wie hier jetzt zu sehen, damit man etwas über 230 durch den Start fährt. Dann fährt man hier quer über die Wiese. Beziehungsweise mache ich das so. Dann habe ich hier ein bisschen mit Noss gespielt. In der Luft sowieso immer Noss. So ein bisschen links ausgeholt. Jetzt rechts rüber auf die Straße, damit man nicht zu weit wieder aufs Grüne gerät. Und hier gibt es mehrere Wege. Der eine fährt gleich links, so wie ich. Und der andere fährt jetzt hier an dieser Stelle rechts an der Planke vorbei. Ich höre über die Wiese, fährt da lang. Ich habe etwas anders gemacht. Ich bin jetzt hier links gefahren und bin hier einmal quer durch den Wald. Ich weiß, es ist ein bisschen tricky. Aber mit ein bisschen Übung findet man da einen richtig guten Weg und dann kommt man da auch gut durch. Es sind auf diesem Weg hier locker 7500 Meter drin, wenn nicht 8000. Ich habe hier leider nicht ganz viel bekommen, wie ihr das jetzt sehen könnt. Ich habe 4468, was aber trotzdem super ist. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt nicht ganz gesuchtet. Also 135.000 Punkte, völlig okay. Ich habe das nicht gesuchtet. Ich habe jetzt jedes einmal gut gemacht. Das ist aufgenommen für euch jetzt. Und da könnt ihr sehen, dass ich da den Nitro-Mischer drin habe. Da seht ihr meine Profi-Einstellung, die ich vorgenommen habe. Denn so, finde ich, fährt der Wagen sich am besten im Offroad. Und jetzt geht es weiter mit der Bojenzerstörung. Da bin ich ganz langsam gefahren. Ja, hier und da wurde ich ein bisschen gestört von den anderen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja trotzdem geschafft. Sonst wäre die Aufnahme ja jetzt nicht da. So, jetzt hier einmal quer rum. Der war eigentlich egal. So, da habe ich nicht alle getroffen. Naja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, genau. Und dann hier rum. Irgendwo war das jetzt, wo ich gestört werde. Ne, da war das noch nicht, genau. Jetzt hier rum. Die Roten darf man natürlich nicht treffen. Sonst verliert ihr den Multiplikator. Unten seht ihr ja, Multiplikator mal 4. So, genau. Der hat mich ein bisschen hier weggedrückt jetzt. Da habe ich aber die bekommen. Das war sogar gut. Aber da hat er mich jetzt, habt ihr das gesehen, am Heck weggedrückt. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch mehr wie 30.000 und 12 bekommen. Aber trotzdem, 30.000 und 12 reichen auf jeden Fall völlig aus. So, 156.000 Punkte bekommen mit dem Frauscher. Und jetzt könnt ihr gleich meine Werte wieder sehen und was ich eingebaut habe. Hier habe ich natürlich den Punktebrecher drin. Was auch sonst und wie der Test erprobt. Und da sind nochmal die Werte von dem Frauscher. Die sind eigentlich die gleichen wie in dem Slalom. Jetzt geht es weiter mit dem Destruction Derby. Und das Rennen ist echt ein bisschen mies, muss ich zugeben. Es ist nicht das leichteste Rennen. Aber man muss gucken, dass man hier diese 15, 16 Mal den Kreisfahren da gut hinbekommt. Es sind mehrere Runden. Ich glaube vier Runden oder was. Und eine Runde beinhaltet dann, ja ich glaube vier Mal oder was dann hier. Genau. Das war jetzt eine halbe Runde. Genau. Jetzt hier nochmal rum. So. Den noch. Und dann noch einmal rum. Dann ist es glaube ich eine ganze Runde. Genau. Man muss natürlich aufpassen mit dem Gegenverkehr, dass halt nichts entgegenkommt. Genau. Jetzt hier ganz komisch. Mitten in der Kurve habe ich 25%. Bisschen komisch, aber ist halt so. Genau. Da habt ihr gesehen. Da wurde ich sogar ein wenig getroffen. So. Oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auf Runden hier basiert. Ich glaube, das haben die irgendwie anders gemacht. Ich weiß nicht. Also. Ich habe die Runden hier nie gezählt. Oder wie oft man hier diesen Kreis fahren muss. 15 Mal, 16 Mal. Ich weiß es nicht. Aber so ungefähr. So aus meinem Gefühl heraus. Und zack. Da wurde ich ein bisschen getroffen. Aber so ist das halt leider. Und jetzt hole ich mir wieder den Bonus hier. Und jetzt kommt noch ein Reparaturbonus. Der ist natürlich immer gut. Auf jeden Fall immer mitnehmen. Auf jeden Fall versuchen immer mitzunehmen. Und man kann auch versuchen, oben an der braunen Wand kann man auch lang fahren. Das gibt natürlich richtig Schwung, wenn man wieder runterfährt. Aber ich wollte hier jetzt auch nur mal sicher gehen, damit ich hier auch über die 100.000 Punkte komme. Was ich natürlich, Spoiler-Alarm, ganz knapp geschafft habe. Aber wie knapp, das werdet ihr natürlich sehen, wenn das Rennen vorbei ist. Sind jetzt 70 Prozent. Und ihr seht es selber. Man muss so aufpassen hier, dass man hier auf jeden Fall eine gute Zeit hinbekommt. Das bremst natürlich alles. Jetzt sind sie da wieder im Weg. Und ach, das ist alles so ein Murks. Ganz genau. Da bin ich aber gut durchgekommen. So, 81 Prozent. Reparaturbonus war da. Schadensbonus erscheint. Und jetzt ist das aber auch schon fast, fast, sag ich mal, in der Tasche. Lange ist jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir 90 Prozent. Und genau, da habe ich es auch gut. Ja, was ist gut? Naja, nicht gut. Aber ich habe es geschafft. Der Reparaturbonus da habe ich verpasst. Und jetzt noch die eine Kurve. Und dann war es das auch mit diesem Rennen. 2 Minuten 29. Naja, 2,25 wäre mir lieber gewesen. Oder 2,20 sogar. Aber naja, 9 Sekunden. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht auf Biegen und Brechen gespielt. Aber trotzdem 102.598 Punkte erzielt. Ja, ich muss aber sagen, im Nachhinein habe ich natürlich für mich ein bisschen weiter verbessert. Das Rennen jetzt nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber hier seht ihr die Werte. Da habe ich den Nitro-Mecher drin. Natürlich mit Pur. Und da sind die Performance-Einstellungen, Profi-Einstellungen, wie man sagt. Könnt ihr euch natürlich so anschauen und nachmachen. Oder ihr macht es anders. Ist ja auch egal. Und das ist ein ganz witziges Rennen. Denn der Bully ist als Mini-Format in das Spiel gekommen. Und den finde ich richtig, richtig... Der ist so geil, der Wagen. Der sieht einfach so nice aus. Naja, auf jeden Fall ist das ein richtig cooler Wagen. Er hat ein bisschen hin und her geschaukelt. Aber trotzdem war die Einstellung eigentlich relativ okay. Okay, das Rennen ist ehrlich gesagt relativ lang. Das ist hier fast ein 5-Minuten-Rennen. Also, wenn ihr da wirklich Kurve für Kurve sehen wollt, bitteschön. Könnt ihr gerne angucken. Aber ich bin auch nicht böse, wenn ihr hier da dann, was weiß ich, 3-4 Minuten vorspult. Ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem finde ich, es ist ein ganz cooles Rennen auf jeden Fall. Und es zieht sich auch nicht zu sehr in die Länge. Also, naja, man weiß ja von mir, dass ich relativ gerne in New York fahre. In New York ist ja... Da brauche ich ja 30 Minuten. Ich habe leider noch nicht geschafft, unter 30 Minuten zu kommen. Aber wer weiß. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ich habe ja bei anderen Spielern gesehen, dass sie da irgendwie 26 Minuten fahren. Und 27 Minuten fahren und 28 Minuten. Und... Ja. Ich meine, ich würde die 27 auch schaffen, wenn ich ständig Pause machen würde. Und gucken würde, so abkürzend hier, abkürzend da und so. Aber dann mit Pause mal weg und Pause wieder hin und so. Dann verliert man aber auch Zeit. Locker eine Minute bestimmt. Was weiß ich, 29 Minuten sollten aber bei mir drin sein. Vielleicht schaffe ich sogar 28. Mal sehen. Ich kenne viele Abkürzungen jetzt eigentlich alle sozusagen. Doch, ich kenne alle Abkürzungen. Doch, doch. Ich kenne alle aktuellen Abkürzungen in New York auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Aber trotzdem. Ich habe es gestern zweimal gefahren. Ich bin beide Male 30 Minuten genau. 30 Minuten und ein paar Sekunden waren es. Und, ja. Ich muss mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall noch verbessern. Ähm, so viel steht auf jeden Fall fest. Und mit dem ganzen New-Yorker-Quatsche. Guckt mal, Leute. Da ist schon fast die Hälfte hier geschafft. Schon 43 Prozent. Und, ja, das ist doch sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich finde das Rennen ganz cool. Ihr seht, es ist viel, viel, viel geradeaus. Da habe ich ein bisschen geschaukelt. Aber trotzdem. Ihr könnt es sehen. Es ist wirklich viel geradeaus. Und, dementsprechend ist das Rennen auch relativ einfach. Zum Ende hin kommen ein paar engere Kurven. Ne, so wie die hier zum Beispiel jetzt. Aber, doch, doch. Das ist ganz gut machbar auf jeden Fall. So, 53 Prozent haben wir jetzt. Ja, genau. Abonniert mich. Genau. Macht die Glocke an. Dann verpasst ihr nichts. Und 56 Prozent. Eigentlich ist das Rennen auch relativ flott. Also, 5 Minuten Rennen sind ja schon fast Standard im Spiel. Wenn man mal Big Land schaut, das ist ja... Ach so, weiß ich gar nicht mehr jetzt was. Big Land ist es 3,50 oder so. Ungefähr. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Genau. Hier kommen jetzt ein paar engere Kurven. Und, aber trotzdem kommen hier nochmal ein paar Geraden. Und zum Ende des Rennens waren dann, glaube ich, ein paar Kurven mehr. Aber, ja. Das ist halt so. Und immer nach der Devise, wer Brems verliert, also immer R2 durchgedrückt halten. Also, so weit reindrücken, wie es geht auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Dann schafft ihr das auch. Ja klar, hier und da mal ein bisschen bremsen, aber verratet es keinen, okay? Ja, nein, dann Spaß beise. Weiße, 70%. Ja, es zieht sich etwas. Ich weiß, naja, wie ich schon gesagt habe, wenn es euch zu lange dauert, dann könnt ihr dieses eine Rennen ja ein bisschen vorspulen, aber nur ein bisschen. Also, wenn ihr mich supporten wollt, guckt ihr natürlich komplett, ohne vorspulen. Aber, sonst, naja, ist halt so. Naja, 76% haben wir. Das Rennen ist auch gleich vorbei. Da habe ich wieder ein bisschen geschaukelt. So, 79%. 4 Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gebraucht habe. Kann ich euch gar nicht sagen. So, wann kommen denn da diese Zickzack-Kurven? Weil das ja doch noch viel, viel, viele gerade ausstrecken. Ich bin mir aber sicher, dass zum Ende hin nochmal ein paar engere Kurven kamen. Oder verwechsel ich das mit einem anderen Rennen? Ich weiß es gerade ehrlich nicht, weil das Rennen ist ja auch neu drin. Also, soweit ich weiß. Doch, ich glaube, das Rennen ist neu. Und, lange dauert es aber nicht mehr. Wir haben 93%, 94%. Guck mal. Genau, jetzt war hier so eine Kurve. Obwohl, warte mal, warte mal. Doch, doch, da unten. Ich sehe es schon auf der Map, da kommen ein paar Zickzack-Kurven. Genau. So, hier jetzt aufpassen, dass man da nirgendwo reinballert, so wie ich hier an den Seiten. Genau. Obwohl, so viele waren das doch gar nicht mit den Zickzack-Kurven. Dann war es ein anderes Rennen. Ist ja auch egal. Das Rennen ist geschafft und zwar in 5 Minuten 1. Was haben wir da genau? 5 Minuten 1, 1, 8, 6. Ich bin mir sicher, das geht auch in 4 Minuten 45 oder sowas. Bin ich mir sicher. Trotzdem habe ich 131.549 Punkte. Ich bin zufrieden mit der Punktzahl. Wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich habe es nicht durchgesuchtet. Ich habe eine gute Zeit gemacht und gute Punkte. Damit ich auf Platin bin und das reicht ja auch natürlich. Und da habe ich den Nitro-Bücher drin, natürlich mit Pur- und Extra-Portion. Da sind die Profi-Einstellungen oben und jetzt kommen die Profi-Einstellungen unten. Und das ist natürlich kein Muss. Das müsst ihr nicht so nachmachen, aber ihr könnt es natürlich so nachmachen. So, jetzt haben wir hier nochmal das Power-Boot. Und ja, da habe ich wieder das Frausher genommen. Wie ich finde, ist es einfach das beste Boot für sowas. Ja, hier schön außerhalb. Genau, hier schön raus aus der Kurve. Genau. Schön eng dann die Kurven. Außer die erste da gerade etwas von außen nehmen, damit man da nicht durch diese Steine ballert. Was mir natürlich am Anfang passiert ist. Na klar. Und dann habe ich das Rennen einfach neu gestartet. Ja, sowas passiert mir auch. Aber sonst ist das ein relativ einfaches Power-Boot-Rennen. Und es macht auch Spaß eigentlich. Also es ist kurz, es macht Spaß. Es ist, ihr seht, mit 42 Sekunden schon 50%. Also es ist wirklich ein kurzes Unterfangen, nenne ich das mal. Und ja, Grüße gehen raus an Teftogain. Ihr könnt sehen, da oben mit seinem zweiten Account ist er ein bisschen mitgefahren. Teftogain X. Den habe ich am Anfang natürlich erstmal da stehen lassen. Und ja, jetzt sind wir schon hier bei, ich wollte gerade sagen bei 76%. Aber guck mal, schon 80. Man kommt gar nicht hinterher mit der Prozente. Guckt euch das an. 86, 87, 88, 89, 90. Das geht so flott hier mit den Prozenten. Jetzt kommt hier nochmal eine langgezogene Kurve. Und ab in das Ziel. 1 Minute 21 habe ich hier geschafft. Und zwar um genau zu sein. Na, ja. 1 Minute 21 077. Nicht 007, nein. 077. So, Trip or Treat. Stand da. 129.969 Punkte erzielt. Und jetzt kommen gleich natürlich nochmal die Sachen, die ich eingebaut habe. Inklusive der Profi-Einstellungen. Aber ich kann euch schon mal sagen, es sind die gleichen wie bei dem letzten Mal. Da ist Nitro-Micher ganz klar. Und das sind die gleichen Einstellungen. Weil ich fahre meinen Frausher so, wie ich es da eingestellt habe. Da finde ich die Einstellung am besten. So, das hier ist jetzt die 1200er. So, einmal hier durch. So, die Abkürzung da auf der rechten Seite durch den Baum fahre ich nicht. Oder doch? Bin ich die gefahren in dem Video? Doch, bin ich gefahren. Ähm, ja. Da gab es einen Fehler. Da ist Teflugan aus dem Rennen geflogen. Komischerweise. Er ist nicht aus dem Spiel geflogen. Er ist nur aus dem Rennen raus geflogen. Hat sich ein bisschen geärgert. Aber er ist dann alleine nochmal gefahren. Und hat, glaube ich, sogar seine Zeit verbessert. Ähm, ja. Ja, gut. Ich bin das jetzt halt einmal gefahren. Für das Video. Wie ihr das hier jetzt seht. Und ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich da für eine Zeit hatte. Aber wir werden es ja gleich sehen am Ende. So. Alles natürlich so ein bisschen grün gehalten hier. Die ganze Atmosphäre. Die ganze Stimmung ist so ein bisschen grünlich in den Live Summit. Weil er ja Trip or Treat ist. Ne, Süßes oder Saures. Das ist ja, äh, hier der Halloween Summit. Und ganz genau. Da könnt ihr auch sehen, wo ich langgefahren bin. Ihr könnt natürlich die gleichen Wege wählen. Oder fahrt woanders lang. Ist ja ganz egal, wo ihr langfahrt. Auf jeden Fall wollte ich euch trotzdem hier einmal den kompletten Live Summit zeigen. Weil ich, wie gesagt, leider, leider, leider nicht streamen kann aktuell. Weil mein Internetprobleme macht. Ich habe normalerweise einen Upload von 40 MB. Also ein 40er Upload. Ich habe eine 400.000er Leitung mit einem 40er Upload. Und aktuell habe ich einen Upload von 0%. Ja, zwischendrin habe ich mal... Zwischendrin habe ich mal 10, 20% Upload. Das reicht gerade so fürs Hochladen der Videos. Aber für Livestreams keine Chance. Ich habe da teilweise 600, 700, 800 Ping. Und damit kann man auf jeden Fall nicht Livestreamen. Ihr habt es in den letzten Livestreams gesehen. Leider habe ich da wirklich problematisch. Das war einfach problematisch. Hier zwei Minuten. 5, 5, 8 war das jetzt, glaube ich. Ja, 5, 5, 8. Genau, 122.223 Punkte. Und jetzt geht es auch an die Werte. So, da könnt ihr sehen, ich habe den Nitro-Mischer drin. Nicht perfekt gefahren. Natürlich geht das besser 1,45 oder was geht da bestimmt. Und da sind die Profi-Einstellungen wieder. So, weiter geht's. Und ja, Hovercraft war ich überhaupt nicht mehr eingespielt. Ich musste das ehrlicherweise, ich glaube, 3 oder 4 Mal neu starten, weil ich überhaupt nicht mehr eingespielt war auf Hovercraft. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Bin auch mit der Zeit zufrieden erstmal. Hier und da bin ich ein bisschen angeeckt. Aber ihr werdet das ja jetzt gleich sehen. Genau, die Kurve habe ich gut bekommen. Die auch. Das war knapp, aber da bin ich trotzdem dran vorbeigekommen. Nicht an der Wurzel hängen geblieben. Die Kurve finde ich cool, ehrlich gesagt. Das ist eine ganz coole Kurve hier. Und einmal hier ein bisschen durchs Wasser und hier rum. Und dann ist, glaube ich, die erste... Nee, genau, durch den Baum springen, durch die beiden Bäume. Genau, ganz genau. Ja, richtig. So war das. Genau, jetzt die erste Runde auch gleich schon geschafft. So, genau, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Und jetzt hier links rum. Und genau, hier ist der Startpunkt. Erste Runde ist geschafft. Von 3. Ganz genau. So, ich weiß es nicht mehr auswendig, wo ich hängen geblieben bin oder wo ich gut durchgekommen bin. Aber gerade sieht es ja relativ gut aus. Kann mich da auf jeden Fall nicht beschweren. Aber ich meine, ich bin irgendwo einmal gegen den Baum etwas doller. Genau, da war ich ein bisschen am... Ganz genau, ein bisschen am hin und her wackeln. Das kostet natürlich kostbare Zeit. Genau, hier auch einmal kurz an der Wurzel hängen geblieben. Und dann hier wieder. Genau, da war das. Wusste ich es doch. Irgendwo habe ich auf jeden Fall so ein bisschen verhaspelt. Hier war es dann wieder okay an der Stelle. Und genau. Warte mal, bin ich da gut durchgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, ja, ganz genau. Der Sprung war wieder gut. Und dann ist auch gleich die zweite Runde vorbei. Ein bisschen kommt noch. Genau. Einmal noch hier quer durch. Und dann hier durch den Bogen. Da ist die zweite Runde fertig. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Genau, da unten könnt ihr sehen. Abonnieren. Glocke aktivieren. Und dann bin ich hier relativ gut durchgekommen, glaube ich. Ja. Ja. Wie gefällt euch dieses moderative Reden, wenn ich gerade gar nicht spiele? Würde mich mal interessieren, wie euch das so gefällt. Weil ich ja jetzt natürlich gerade mich überhaupt nicht auf das Spiel konzentrieren muss. Weil ich ja im Prinzip gerade das fertig geschnittene Video anschaue und meinen Senf dazu abgebe. Deswegen kann ich hier komplett mal mit euch quatschen und euch zutexten, auf Deutsch gesagt. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet, wenn ich das mal so mache. Wenn ich meine Videos erst aufnehme und dann nachsynchronisiere. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Gerne in die Kommentare. Und jetzt sind wir aber auch schon fast rum. Wir haben 95% erreicht. Und ja. Da ist die Zielgerade. Und wir sind im Ziel mit 3 Minuten. 25, 7, 4, 3. So, wie viele Punkte hat das denn gegeben? 125.773 Punkte. Mit denen man auf jeden Fall zufrieden sein kann. Finde ich. So, jetzt kommen gleich wieder meine Einstellungen und was ich eingebaut habe. So, da habe ich auch wieder eine Nitro-Miche eingebaut. Und jetzt kommen die Profi-Einstellungen. Wie gesagt, kein Muss, aber ich spiele auf jeden Fall so. Und genau, jetzt kommt noch der Challenger. Ganz genau. Das ist auch... Ja, das Rennen ist auch genau bei dem Challenger-Rennen war das am Ende mit den Zick-Zack-Kurven. Alles klar. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, so. Die Strecke war auch etwas länger. Auch 4, 5 Minuten, glaube ich. Und, ja, aber trotzdem, ich glaube, ich bin da relativ gut durchgekommen. Gleich am Start vorweg Erster geworden. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal unser heutiges Hashtag nennen. Und zwar, na, was nehme ich denn für ein Hashtag heute mal für die Kommentare? Ich hoffe ja, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Weil wenn ja, dann könnt ihr ja den Hashtag reinschreiben. Ich bin gespannt, wie viele Hashtags ich in die Kommentare kriege. Wir nehmen mal den Hashtag. Hm, was nehmen wir denn da? Ich sehe gerade die Rückleuchten. Hashtag Rückleuchten. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Und ihr seht, ich bin hier ganz gut eigentlich durchgekommen. Sind schon jetzt fast 30%. 28, um genau zu sein. Und jetzt haben wir... Jetzt, genau. Jetzt haben wir die 30%. Und mal gucken, wie weit wir bei anderthalb Minuten sind. Bei... Sag, sag, sag... Ja, 34% bei eine Minute 30. Okay. 34% bei 1,30. 3 mal 1,30. Das ist 1, 2, 3 Minuten. Dann 4, 4,5 Minuten. Äh, genau. Ich sage ja so ungefähr 4, 5 Minuten das Rennen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Zeit ich hier geschafft habe. Aber... Ja, doch, doch. Das Rennen ist eigentlich relativ... Ich sage die ganze Zeit immer relativ. Fällt euch das auf? Mann, 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 Mann. Wenn ich so moderativ rede, dann sage ich ganz oft relativ. Komisch, komisch, komisch. Also, das Rennen ist auf jeden Fall, ähm... Hm. Relativ lang? Hehehe. Nein, also, es hat viele Geraden natürlich. Aber am Ende hinkommen dann diese Zickzack-Kurven, die ich vorhin in einem anderen Rennen vermutet hatte, mit dem Mini-Bulli da. Der ist voll witzig, der Mini-Bulli, ey. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich bin den auf jeden Fall gerne gefahren. Und jetzt haben wir schon 60%. Und ich bin mal gespannt, bei wie viel Prozent die Zickzack-Kurven kommen. Ich nenne sie einfach Zickzack. Naja, also, ihr wisst schon Bescheid hier da, was ich meine. Hier sind sie noch genug geradeausstrecken. So. 69%. 70%. So, bei 3 Minuten haben wir jetzt 71. Ja, 72% kann man sagen bei 3 Minuten. 74, 75, ja, jetzt 75%, genau. Ich weiß noch nicht mehr, wo die kamen. Bei 85%, 90. So, 80 haben wir jetzt. Ich glaube, da unten fängt das jetzt an. So, jetzt muss ich ein bisschen, ah, ne, hier nur. Ja, okay, voll reingeballert. Ah, schade, Kurve nicht, äh, ja. Nicht gut bekommen. Ah, da kommt jetzt so eine, ja, fast Haarnadelkurve, nenne ich es mal. Ach, guck mal, da hätte ich doch abkürzen können. Na, egal. Ja, hat man im Nachhinein gesehen. Okay. Kleiner Spoiler. Ich bin es danach nochmal gefahren und habe es dann abgekürzt. Okay. Ja, und, ähm, 90%. Ähm, ich weiß die Zeit nicht mehr, ehrlich nicht. Also, keine Ahnung. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. 94, 95, 98, 99 und 100% bei 4 Minuten 22, 8, 8, 8. Ja, genau, das war das. Ja, sehr witzig, genau. Das war auf jeden Fall das letzte Rennen jetzt im Live Summit. 124.115 Punkte. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt mit allen Disziplinen die 100.000 extra Punkte auf jeden Fall gesichert und habe jetzt einen Endpunktestand von 1.284.623 Punkten und bin somit, denke ich mal, safe in Platin. Ja, aber das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, dann lass mir doch ein kostenloses Abo da. Mach die Glocke an, dann verpasst du keine Videos mehr. Ja, folgt mir noch auf Instagram und Twitch. Dann kannst du auch mal dabei sein, wenn ich live bin. Und ansonsten war es das jetzt erstmal mit dem Video. Ich freue mich über Kommentare und bin dann jetzt erstmal raus und sage ciao. Euer Marvin Kino. It's all about humanity. Ich freue mich über die Glocke.